denn ja der bei daylight spielen und nervig jetzt mit abwesenheit das kann der so gut ich bin nicht mehr ganz bei tost brot was macht denn für ein tost kiesetoast schinkentoast was gibt es noch für ein tost schreibt es mal in die kommentare tost schreiben hashtag toast genau da gebe ich mal ein toast drauf ein tost hallo todi wie totwart wer kennt von euch den die person todwart todi aber kommentare schreiben jetzt seid ihr da kommt die erinnerung die anita die alte drecksau wir schlafen gleich oder schlafen direkt schlafen bist du der erste heute ist der tag wo wir den neuen killer haben und wir kriegen wir kriegen und freddie die alte scheiß auf den kacken platzen drecks ja ja schauplatz gefällt mir nicht ich fahre mal nach sie sind er hat auch noch der kleine wichser ist weiter ist auch schon mal auch ne dazu scheiß blut ding bringt das nichts wird man da drüber geht mit ich mache das zweite totem weg schneide bock drauf ja wenn jetzt die zeit runter läuft darf sich keiner erwischen lassen weil in dieser zeit der todkopf noch da ist kann der killer one hit machen also bloß sich erwischen lassen der todkopf weg ist es gibt es keine one hit mehr warum hat eigentlich jedes tod in so einem blut woher kann man das nicht weg machen geht doch weg du affe ne gut sind da kommt doch nicht rüber der generat hat gespült gerade aber freddie kommt doch nicht vorbei ja ich dachte du machst das die denken dass ich was machen warum sind generator echt jetzt er kämmt er kämmt Ich hab ihn weggelockt. Hol ihn runter. Hol ihn runter. Hol ihn runter. Aber hol ihn keinen runter. Ja, ja, ja. Camper, ey. So ein Beschissnackt. Er kommt so... Oh, ist der Wacke hängt von einer hübschen roten Dame. Ja, das... das ist der rote Virus. Komm hier hinten hin, ist der Generator oder Palette, Mann. Wie so spuckt denn der Generator Blut seit neuestem... Weil der... das kann der schon länger. Und du hast da länger nicht mehr gespielt. Dadurch kann sich auch Freddy Krüger teleportieren. Das heißt, er kann... wenn der Generator sprüht, kann er sein, dass er durch den Generator dann erscheint oder nicht? Der Weg immer vorsichtig, wenn der Generator sprüht, verstecken. Ich verstecke. Ja, ich. Ich bin wieder am Jam. Alles klar. Ich bin wieder am Jam. Da sind wir dabei. Irgendwer muss ja die Generator machen, ne? Ja, ich hab schon zwei Toten gemacht. Das war ich doch. Drei sogar. Jetzt muss ich mal ein Jam. Man sollte... bei dir sollte man Kopfgeld aussetzen, ey. Weiß aufrecht bin ich einfach ins Blut gelaufen, hab einfach die Toten gemacht. Tut mir aber echt leid. Mein Bier ist alle, verdammt. Ich bin schon wieder nur was Rotes gelaufen. Äh, und? Ist tot. Was? Ja, das rote Wasser ist, das verlangsamt dich. Da solltest du nicht drüber laufen. Ja, der hat sich direkt zu mir teleportiert. Das war jetzt grad nicht. Direkt zum Chen. Zum richtigen. Ja, irgendwie auch. Komm. Äh, ne Frage. War der komische Freddy nicht schon OP genug? Na gut, warum musst du denn den Noput hier ja machen? Hehehehe. 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 Hast du mich gesehen, du kleiner Nuisa-Wichser? Ich guck wieder mit Chen. Ja, ich auch. Ich guck wieder mit Chen. auf den fertigen chen kann das nicht teleportieren oder doch auch oder andere generatoren gerade nämlich auch gesprüht der dritte bei generator und mein generator mein generator war er kriegt mir jetzt geht er mit die hilfsbox alter fuck yo scheiß dead by daylight ich will jetzt gerne rufen alter da schwitzt mir das rohr er ist weg links weg ja wir haben das war gut gut schreien blöden gender bacher jahre blutpunkte so blöd belegt dann ist die minister vorbeischleifen ich wollte gerade sagen versteck dich aber warum guckst du in diesen chen was hast du gerade gesagt warum guckt er in diesen chen du meinst von diesem schrank ja warum guckte ich bin eh tot warum trägt er mich überhaupt im keller kannst du mich auch umlassen die scheiß blutpunkte katastrophe kann man nicht mal entschärfen ich bin jetzt auch gerade immer so ein rotes ding gelaufen wo ich nie mitgehalten habe ich habe ich habe dir an den bonn gekommen ach du steckst auch da drin ja ja pass auf er guckt er gerne rein in die komischen türen bitte guck in den und geh wieder danke bitte geh bitte geh bitte geh bitte geh jetzt macht er seine blutpunkte das ist wurscht egal nein nicht den nicht den nein naja wer kommt vom marken wieder runter glaube ich zumindest habe ich in dieser runde jemand von marken holen mich auf jeden fall ja aber keine ahnung ja jetzt wenn man nur viel gebrauchen könnte ist er nicht da das ist aber so die richtigen poser 12 von 15 jawohl ja freude ich hoffe die runde hat euch gefallen alles klar tschüss tschau tschüss 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 tschüss